Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung dieser Veranstaltung beim Europareferat der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Und jetzt darf ich endlich einmal, wie das der Lammert im Bundestag immer macht, sagen, das Wort hat der Abgeordnete Hinschlacht. Jetzt muss ich eigentlich sagen, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Professor Gensch, Herr Professor Schmidt, lieber Timo, meine Damen und Herren. Ich darf damit beginnen, Ihnen herzlich zu danken, und zwar für Ihr Interesse. Wir haben vorhin festgestellt, dass die Veranstaltung unter einem hohen Konkurrenzdruck steht. Der Mainmarkt hier in Landerer hat Familientag, glaube ich, gleichzeitig. Champions-League-Spiel ist auch, wir haben viel über Bayern analysiert, gerade im Vorfeld, aber heute Abend spielen die anderen Mannschaften. Morgen ist Christi Hübelfahrt also wirklich sehr, sehr großer Konkurrenzdruck. Deshalb finde ich es gut, dass Sie sich für das Thema interessieren, das uns oder viele von uns in unserer täglichen Arbeit beschäftigt. Ich habe mir heute Abend die schwierige Aufgabe gestellt, den Blick von außen auf die Türkei-EU-Beziehung und vielleicht auch auf die Sicherheitslage in der Region zu stellen und das Ganze innerhalb von 15 bis 20 Minuten zu machen. Also sehen Sie mir jetzt nach, wenn ich das ein oder andere vielleicht etwas kursorisch betreibe. Und ich möchte nochmals hinzufügen, ich bin nicht der Sprecher meiner Fraktion, sondern heute Abend spricht der Abgeordnete Hitschler, der das ein oder andere Mal in dem Raum schon unterwegs war und der sehr gern Sicherheitspolitik betreibt. Lassen Sie mich mit dem ersten Punkt beginnen, den Timo Werner gerade eben schon angesprochen hat. Ich glaube nämlich, dass man mit einer Analyse des Zustandes der Europäischen Union in die Diskussion einsteigen muss. Einige der Beispiele wurden schon genannt. Wir haben eine Zunahme des Nationalismus in Europa. Wir sehen es nicht nur an den Wahlergebnissen in Deutschland, was die AfD betrifft. Wir sehen es, wenn wir nach Frankreich schauen, wir sehen es noch deutlicher, wenn wir nach Polen schauen oder vielleicht sogar, wenn wir nach Ungarn schauen. Also können wir feststellen, dass die Europäische Union an und für sich, was ihre Innensicht, was ihre Integrationsfähigkeit anbelangt, durchaus aktuell vor einem großen Problem oder Herausforderung besteht. Also diese eigene europäische Erzählung, diese Vision steht ein Stück weit sowieso auf dem Spiel. Der zweite Punkt, und auch das wurde schon angesprochen, der Brexit droht. In, ich glaube, vier bis sechs Wochen ist es soweit. Unsere Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien, also die Bevölkerung dort, wird darüber abstimmen, ob die EU vielleicht ein Mitgliedslang verliert oder eben noch nicht. Und was in den deutschen Medien nur so stückweise aufgegriffen wird, ist tatsächlich eine große Herausforderung für die ganze Union. Weil damit ein Präzedenzfall geschaffen werden könnte, und das hat viel mit dieser nationalistischen Bewegung in Europa zu tun, bei dem man sagt, wer vielleicht keine Lust mehr hat auf die EU, der kann auch aufgrund von innenpolitischen Bewegungen irgendwann sagen, wir sind raus. Der nächste Punkt, und das ist für mich auch ein sehr unterschätzter. Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass der Motor stoppt. Ich habe eine schöne Aufgabe innerhalb des Verteidigungsausschusses, ich koordiniere die deutsch-französischen Sicherheitsbeziehungen. Und wenn ich sage, Deutschland und Frankreich, dann ist das eigentlich der Motor, den Europa über viele Jahrzehnte hatte. Jetzt mache ich mal was, was Sozialdemokraten, vor allem Jungen, sehr selten machen. Ich lobe mal Helmut Kohl. Helmut Kohl hat immer dafür gesorgt, dass zwischen Deutschland und Frankreich wichtige europäische Entwicklungen frühzeitig abgesprochen wurden, und dass man eine gemeinsame Antwort drauf gibt. Mein Eindruck ist es, dass es in den letzten Jahren, ich könnte es sogar an der Kanzlerschaft festmachen, sehr stark zum Kühlern ist. Und ich glaube, Europa fehlt dieser Motor, dieser deutsch-französische, der ein Stück weit auch die Taktung vorgibt und deutlich macht, was wichtig ist. Und der nächste Punkt, der ist für mich, das erlebe ich mit meinen Bürgergesprächen, sehr, sehr häufig wichtig. Mein Eindruck ist, uns fehlt aktuell ein positives Narrativ für Europa. Also eine positive Erzählung, wo wir hinwollen. Ich höre in meiner Bürgersprechstunde und kriege viele Briefe, die Finanzkrise, Griechenlandkrise, Flüchtlingskrise, ich könnte noch einige Krisen mehr nennen, aber die mit nach vorne blicken und sagen, wichtig ist das Friedensprojekt, das wir jemals geschaffen haben, eine starke Wirtschaftsunion, die für Erfolg steht, oder vielleicht auch gleichzeitig eine sicherheitspolitische Union, die Antwort nach außen nimmt. Und wissen Sie warum nicht? Weil uns das zum Stück weit auch fehlt. Also wir hatten mal eine Vision als Sicherheits- und Verteidigungspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion mit einer europäischen Armee. Das haben wir im letzten Jahr, also bevor die Flüchtlingsherausforderung aufkam, haben wir ein Konzeptpapier geschrieben. Das kam in den Medien sehr positiv an. Ich glaube, dass wir momentan meilenweit davon entfernt sind. Also erste Feststellung für mich, der Zustand der EU ist alles andere als gut. Man könnte fast sagen, das Wort ist erregend. Und ich will Ihnen was sagen als junger Abgeordneter, ich bin Jahrgang 82. Ich kenne keine geschlossenen Grenzen in Europa. Momentan habe ich den Eindruck, wir müssen uns ein Stück weit wieder dran gewöhnen. Uns macht mir Angst. Der nächste Punkt, den man einfügen muss in die Diskussion, ist, warum ist die Türkei für Deutschland eigentlich so wichtig? Häufig wird ja mit der Türkei gesprochen, mit einer gewissen Arroganz raus in Deutschland. Man spricht über den türkischen Staatspräsidenten, man spricht über die türkische Bevölkerung. Aber man muss bedenken, dass über drei Millionen Menschen mit einem türkischen Migrationshintergrund in Deutschland leben. Also das ist für mich der erste Punkt, warum die Türkei von besonderer Bedeutung ist. Auch die Innenpolitik der Türkei von besonderer Bedeutung für Deutschland. Der nächste Punkt ist, Deutschland exportiert mehr in die Türkei als nach Russland. Auch das war mir jetzt ganz bewusst. Die Türkei ist ein extrem wichtiger Handelspartner für Deutschland und umgekehrt ist Deutschland der wichtigste Handelspartner für die Türkei. Also wir haben sehr, sehr feste wirtschaftliche Beziehungen und sehr, sehr feste wirtschaftliche Bindungen. Auch nicht erst seit drei oder vier Jahren, sondern seit Jahrzehnten. Und wenn man sich das deutsch-türkische Verhältnis anschaut, dann wird man auch feststellen, dass Beziehungen eher über Jahrhunderte gewachsen sind. Wir werden gar nicht über den Ersten Weltkrieg referieren, aber es gab im Laufe der Geschichte beider Länder sehr intensiv und enge Beziehungen. Was auch was mit dem deutsch-türkischen Verhältnis heute zu tun hat. Also ich glaube, wir sind kein Land, das sich einfach so raushalten kann, wenn die Türkei Entwicklung hat, wie es vielleicht andere Länder können, die nicht so eine enge Bindung zur Türkei machen. Und als letzter Punkt bei der Frage, warum ist die Türkei für uns so wichtig, und jetzt spricht der Sicherheitspolitiker, die Türkei ist ein Atom-Mitglied. Ich habe die deutsche Patriot-Stellung in Karamanwarasch besucht. Ich bin übrigens froh, dass ich den Orts-Naten immer noch aussprechen kann. Ich habe sie bei der Bundestagsrede geschafft. Aber ich habe dort bemerkt, dass auch die sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei innerhalb dieser NATO-Partnerschaft sehr, sehr eng sind. Ich spreche gar nicht von Waffenlieferungen oder Rüstungsgütern. Sondern ich spreche davon, dass deutsche und türkische Soldaten zusammen trainieren, zusammen üben und in dieser Allianz auch eine besondere Beziehung aufrechterhalten. Und die Bundesrepublik war sehr, sehr schnell dabei mit einer Technik oder mit einer Technologie, die sehr teuer ist, die Patriot-Technologie, um den Ruf damals, den die Türkei in die NATO geschickt hat, mit, unterstützt uns, wir sorgen uns um syrische Mittelstreckenraketen, die Türkei dabei zu unterstützen. Wir erleben gleichzeitig, dass der NATO-Partner Türkei mit einem Land, das momentan in Sachen Machtpolitik leider mit großen Schritten in eine alte Richtung geht, nämlich mit Russland auch im Clinch liegt. Und wenn Sie jetzt in den vergangenen Wochen die Meldungen gehört haben, dass der amerikanische Präsident Deutschland dazu auffordert hat, starke Truppenkontingente nach Lüttern zu verlegen, dass wir viel mehr Geld in die Rüstung stecken müssen, dann weiß man auch, dass diese Union, also diese NATO, dieser Nordatlantik-Pakt aus der Vergangenheit anscheinend auch wieder eine Renaissance gehört. Ich habe mir deshalb die Frage gestellt, und das ist ja auch der Leitfaden, der so ein Stück weit drüber steht, muss und kann die Türkei Mitglied der Europäischen Union werden? Und ich möchte es Ihnen beantworten. Ich habe es bei mir überschrieben mit, die Türkei müsste eigentlich, aber kann momentan nicht. Und ich will mit dem Liste anfangen. Ich habe formuliert, dass die Türkei für Deutschland, aber auch für Europa, ein enorm wichtiger wirtschaftlicher Partner ist. Also nicht nur was Absatzmärkte angeht, sondern hier in meinem Wahlkreis ist Daimler mit einer riesig großen LKV-Fabrik. Daimler hat auch eine große Fabrik in der Türkei. Und da gibt es unglaublich viele wirtschaftliche Beziehungen, die da nochmal bestehen. Der zweite Punkt ist ein Punkt, der in die Zukunft gerichtet ist. Ich leite nebenher in meiner Freizeit im Deutschen Bundestag eine Expertenkommission zum Thema internationaler Jihadismus und internationaler Terrorismus. Also wenn Sie es so wollen, die Frage des sogenannten islamischen Staates, woher herkommt, woher hin geht. Wenn man sich den mittleren und nahen Osten und die Makreb-Region genau anschaut, kann es einem nicht nur Angst und Bagger werden, sondern man stellt fest, man braucht einen Partner in der Region, der für eine gewisse Stabilität sorgt, der auch selbst stabil ist, ich werde gleich noch was dazu sagen, und der tatsächlich Partner ist. Der fehlt uns nämlich in einigen anderen Ländern deutlich. Gehen Sie mal den nahen Mittleren Osten von den Ländern her durch. Syrien, failed state. Schlimmer Bürgerkrieg. Irak, failed state. Bombenattentate in Bagdad in den letzten Tagen. Stürmdenkrieg und so. Saudi-Arabien. Vor kurzem hatten Sie sich als politischer Experte gesagt, wir werden in den nächsten 10 Jahren erleben, dass Saudi-Arabien in seiner jetzigen Struktur nicht mehr erhalten bleiben kann. Libanon. Weiß nicht, wer von Ihnen schon in Libanon war? Ich habe das wunderschöne Land besucht. Es ist eigentlich ein Wunder, dass der Libanon in der jetzigen Struktur überhaupt noch besteht. Also Libanon hat auch 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen bei 4 Millionen Einwohnern. Und wer die Geschichte des Libanon kennt, weiß, ein Land, das vom Bürgerkrieg zerrüttet war und das durch eine merkwürdige Regierung zusammengehalten wird, die keinen Staatspräsidenten hat, sondern wirklich bloß dem Parlament raus, funktioniert trotzdem. Das sollten wir in Deutschland zu laut sagen, aber funktioniert trotzdem. Und Jordanien, ein Königreich, das durch amerikanische Militärhilfe und durch amerikanische Unterstützung einigermaßen zufrieden gehalten wird, einigermaßen stabil ist und für einigermaßen Sicherheit sorgt. Viele Sicherheitspolitiker und Sicherheitsexperten sagen als allererstes immer Saudi-Arabien, also als dieser Stabilitätsangehör in der Region. Ich sehe das nicht so. Wenn man sich Saudi-Arabien anschaut und feststellt, dass der niedrige Ölpreis dazu geführt hat, dass dieses alte Abkommen zwischen der Bevölkerung und den Machthabern, also dem Herrscherhaus mit Öl und Geld, Wohlstand für sozialen Frieden, dass dieser Pakt aufgebrochen wurde, aktuell immer funktioniert, der weiß, dass Saudi-Arabien ein richtig großes innenpolitisches Problem hat. Also Saudi-Arabien scheidet als Stabilitätsanker aus. Das heißt, es bleibt ein Land, das an die EU angrenzt, das Türkei heißt und jetzt schon einer unserer wichtigen sicherheitspolitischen Partner sind. Das steht bei Müsse. Wir haben einen weiteren Punkt, den hat Timo Werner vorhin angesprochen, das ist das Thema Flüchtlinge. Du hast vorhin ein Deal gesagt. Das ist übrigens ein Wort, ich habe heute einen Kommentar darüber gelesen, ob man es Deal nennen darf, weil ein Deal eigentlich was Schmutziges ist, was Kriminelles ist. Können wir gerne später nochmal diskutieren, ob man es Deal nennen darf. Aber es ist auf jeden Fall ein Abkommen, bei dem es nicht ausschließlich Gewinner gibt. Es hat viel mit Realpolitik zu tun. So offen und ehrlich muss man bei dem Punkt sein. Realpolitik in dem Sinn, dass, erinnern Sie sich bitte alle zurück, noch vor einem guten halben, dreiviertel Jahr, die innenpolitische Diskussion in Deutschland und Europa so aussah, dass alle Rufer von allen Seiten gesagt haben, wir brauchen eine europäische Lösung für die Flüchtlingsherausführung. Und alle wussten, dass eine europäische Lösung bedeutet, man wird sich mit einem der Anleihenstaaten einigen müssen, dass man die Aufnahmekapazitäten stärkt, dass man Rückführungsmöglichkeiten schafft und einfach ein Abkommen herstellt. Und das wird mit der Türkei geschlossen. Wenn die Türkei 3 Milliarden bis 6 Milliarden bis 2018 kriegt, dann finde ich das, in aller Deutlichkeit gesagt, acht tatsächlich eine realistische und faire Bezahlung. Ich habe mir die Flüchtlingssager der Türkei angeschaut. Also ich habe wahrscheinlich nicht die schlechten Vorfüge bekommen, aber ich war in Karamanwarasch, dem war der Bundespräsident auch, also nicht zur gleichen Zeit, aber ich habe gesehen, dass die türkische, ich glaube, es ist die Katastrophenschutzbehörde, die türkische Katastrophenschutzbehörde deutlich professioneller, mit mehr Einsatz und mehr Geld und auch humanitärer vorgeht, als beispielsweise die Lager in Jordanien, im Libanon und im Irak aufgebaut sind. Und die Türkei hat mir 2014 war das schon deutlich gemacht und deutlich gesagt, auch wir werden irgendwann unsere finanziellen Grenzen stoßen. Und mich hat das zum Nachdenken gebracht und hat, als ich beim letzten Mal in Amman war und als sie mir eine Flüchtlingsfamilie gesagt hat, warum sie in der Nähe von Syrien bleibt, nämlich weil sie dort Nahrung hat in Jordanien, weil sie Gesundheitsversorgung hat, weil sie ein Dach über dem Kopf hat und gerne irgendwann zurück will in ihr Land, für mich relativ deutlich gemacht, wenn wir die Anrainerstaaten um Syrien stärken können, mit Geld, mir wäre es am liebsten über das UNHCR, aber mit Geld und Aufbauleistungen, dann ist das eine gute Möglichkeit, zumindest kurzfristig, Schutz und Unterbringung für Pflichten zu schaffen. Der Teil am EU-Türkei-Abkommen, der heute sehr stark diskutiert wird, sind die Visa-Regelungen, also Sie wissen wahrscheinlich alle, dass die Europäische Union einen Forderungskatalog aufgestellt hat an die Türkei, den es zu erfüllen gilt. Die EU-Kommission hat heute festgestellt, dass die meisten der Punkte erfüllt sind und man bei manchen Punkten schwer davon ausgeht, dass die auch in Zukunft erfüllt werden. Das will ich mal bei dem Müsste-Teil stehen lassen. Jetzt kommt nämlich eigentlich der Punkt, dass die Türkei eigentlich mal als starker, auch säkularer Partner in der Region wahrgenommen wurde. Und das ist eine Entwicklung, die ich so in den vergangenen Wochen, dazu, wenn sieben Stunden später noch was sagen, in der Türkei wahrgenommen habe, dass man sich versucht, von diesem Weg wegzubewegen. Also von dieser wirklich starken Trennung von Kirche und Staat, mit einem modernen Islamverständnis, dass man sich davon ein Stück weit wegbewegt. Und für mich steht es deshalb immer noch auf der Müsste-Seite. Ich weiß, auch in Europa sind alle Länder säkular, aber wir haben trotzdem ein relativ gutes Verständnis von Trennung von Kirche und Staat. Also die Türkei müsste ein starker Partner sein. Die Türkei müsste ein Stabilitätsanker für uns in der Region sein. Die Türkei müsste ein säkularleuchtendes Beispiel dafür sein, wenn man die Verbindung zwischen Kirche und Staat in den Raum schaffen kann. Aber jetzt höre ich auf mit den Konjunktiven, weil wir merken, sie ist es leider in vielen Bereichen nicht mehr so. Und deshalb beantworte ich Ihnen die Frage mit dem Müsste, jetzt mit dem kann sie es denn? Und beginne mit dem ersten Punkt, den man glaube ich auch deutlich machen muss. Eigentlich ist die EU aktuell selbst zu groß, um weitere Länder aufzumachen. Mit der EU 28 haben wir ein Gebilde, bei dem wir feststellen, dass die Integration von weiteren Staaten jetzt schon unglaublich schwierig geworden ist. Wir sehen es bei der Integration der osteuropäischen Länder, weil wir sehen, wie groß die Herausforderungen sind. Und für mich ging ein Schritt einer weiteren Integration eines Landes mit, ich glaube, 79 Millionen Einwohnern, wäre momentan ein schwieriger Weg, weil die EU selbst noch nicht so ganz genau weiß, wohin die Weise geht. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, teilen wir aktuell die gleichen Werte? Und das ist die medial, glaube ich, stärkste Diskussion, die geführt wird. Und eigentlich kann man die sachlichen Objektiv führen, weil es die sogenannten Kopenhagen-Kriterien gibt, die man anlegen kann und sagen kann, ist die Türkei ein Land, das in die Europäische Union aufgenommen werden kann, anhand dieser Kriterien. In diesen Kriterien stehen Menschenrechte drin, Minderheitenschutz, Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, und, und, und. Und wenn man diese Kriterien anlegt und sieht, die Entwicklung der Türkei, und ich versuche das jetzt völlig ohne auch ganz zu sagen, der vergangenen drei bis vier bis fünf Jahre, oder noch weiter zurück, dann merkt man, dass sich die Türkei, zumindest ist das mein Eindruck, davon entfernt. Also von der Einwertung dieser Kriterien entfernt. Heute Morgen hat das Morgenmagazin über die Verhaftung von Journalisten der Türkei berichtet. Ich glaube, mittlerweile sitzen, korrigieren Sie mich, 44 Journalisten in Haft, über 10.000 Strafanzeigen laufen aktuell. Und das ist für mich kein Zeichen eines souveränen Umgangs mit dem Thema Pressefreiheit, sondern das Gegenteil, also die Unterdrückung von Pressefreiheit. Und da müssen wir uns die Frage stellen, passt das zu den Werten der EU? Ich könnte aber jetzt, weil ich realpolitiker manchmal bin und antworten muss, schauen Sie aber auf Länder wie Polen. Also auch da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die Kriterien hundertprozentig eingeheignet werden. Ich mache weiter bei dem Punkt, der im Verfassungsgericht heißt. Wenn man gesehen hat, dass der türkische Staatspräsident die Forderung aufgestellt hat, nachdem das Verfassungsgericht ein Urteil gefällt hat, das ihm nicht gefallen hat, die Drohung mitgebracht hat, das Verfassungsgericht, die Verfassungsgerichtsbarkeit abzuschaffen, dann kann man an dem Verständnis der Gewaltenteilung in der Tätigkeit aktuell zweifeln. Und wir Deutschen, trotzdem manchmal über das Bundesverfassungsgericht, aber stellen Sie sich vor, was mit der Bundesregierung passieren würde, die die Abschaffung des Bundesverfassungsgerichts als Drohung mit aufbringen würde. Ich will noch, weil ich gerade bei mir meine Zeit zu überziehen, zum Thema Minderheitenschutz sagen. Weil ich das für essentiell auch innerhalb einer Mitgliedschaft der Europäischen Union halte. Die Türkei hat in der Kurdenfrage und im Umgang mit der PKK leider mindestens 10 Schritte rückwärts gemacht. Also, es gab einen Friedensprozess, der begonnen hatte, der auf dem richtigen Weg war. Man hat angefangen, miteinander zu sprechen und man hat angefangen, gemeinsam Lösungen zu finden und zu suchen. Rund um die Zunahme des Syrien-Konflikts ist aus dem PKK-Konflikt wieder ein offener Krieg geworden. Gleichzeitig hatte die Türkei die Stärkung des kurdischen Regionalterritoriums im Irak, die haben die früher mit starker Wirtschaftshilfe unterstützt, auch mit Aufbau, in besonderer Weise zurückgefahren, weil sie auch sehen, dass ein kurdischer Einheitsstaat direkt an der Grenze nicht unbedingt die Sicherheit erhöhen würde. Ich will den letzten Punkt noch nennen, den habe ich mir unterschrieben mit dem Punkt Rückkehr zur Machtpolitik. Weil ich fand, dass das Bild Russland, Putin, Erdogan, Türkei leider eins ist, das mir in letzter Zeit sehr häufig in den Kopf kommt. Also wenn man sieht, wie Putin sein Russland umgebaut hat, ich sage bewusst sein Russland, mit Elitenförderung, mit Korruption, mit der Änderung des Wirtschaftssystems, mit der Änderung der Demokratie, der Lupenrein, hin zum Staat, der als Ehring-System Putin dient und legt die Schablone drüber über die Türkei, stellt man relativ schnell fest, es gibt gewisse Parallelitäten. Und ein Punkt, der auch noch sehr parallel ist, ist die Ausmübung der internationalen sicherheitspolitischen Machtpolitik. Die Türkei hat leider im syrischen Bürgerkrieg und auch im Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat keine ausschließlich gute Rolle gespielt. Also man könnte sogar noch mehr auf den Punkt bringen, die Türkei hat aktiv versucht, in den syrischen Bürgerkrieg einzugreifen, gibt Gerüchte über Spezialeinsatzkräfte, die im Einsatz sind. Wir wissen, dass die Türkei die irakische Grenze überschritten hat, ach mit dem Hinweis, man geht gegen den sogenannten islamischen Staat vor, aber gleichzeitig in der Vergangenheit auch Kräfte des sogenannten islamischen Staates anscheinend, also nochmal, muss immer vorsichtig sein, stark unterstützt hat, auch den Ölkauf des sogenannten islamischen Staates nicht unterbunden hat, sondern eher Absatzmarkt war. Und das ist für mich auch so eine Frage, ob die Türkei momentan dabei ist, sicherheitspolitisch versucht, ihr Territorium zu erweitern, also Machtpolitik auf die alte Art und Weise zu betreiben, oder ein guter Partner für die Europäische Union sein kann, die eigentlich sagt, Machtpolitik kommt für uns in die Frage. Also Sie merken, aus den vielen Konjunktiven, die ich vorhin aufgestellt habe, kommt eher ein düsterer Blick raus, wenn man sagt, die Türkei kann aktuell kein Mitglied der Europäischen Union sein. Das ist mein Urteil und ich will Ihnen am Ende sagen, es ist ein Urteil, das mich ein Stück weit traurig macht. Ich habe die Türkei häufig besucht. Ich finde, dass es ein wunderschönes Land ist mit tollen Menschen und eigentlich braucht Europa nicht nur hervorragende Beziehungen zu Türkei, sondern wir brauchen eine demokratische Türkei an unserer europäischen Grenze und vielleicht auch als Teil der Europäischen Union. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.